Herzlich Willkommen auf der Saatox. Diesmal habe ich das zweite Volume, das sei Love Life Sunshine. Beim ersten Volume hatte ich schon mal reingelunzt und von der Synchro bin ich bis jetzt noch nicht so sehr krass begeistert. Mal sehen wie die anderen Charaktere noch so sind. Aber schauen wir mal weiter. Das erste Volume verlinke ich euch übrigens mal den Link zum Unboxing in die Videobeschreibung hier unten irgendwo. Und dann gucken wir weiter. Das FSK Logo, was eben noch hier war, ist nur äußerlich von der Folie auf die Folie aufgeklebt. So sieht die Seite aus, genau wie die Seite. Und so geht es weiter. Hier noch ein paar Screens aus der Serie. Die Episodentitel 6 bis 9. Das heißt, das nächste Volume ist schon das letzte. Die technischen Datensprachen sind Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch. Ton ist ein 2.0 Format. 1080p Laufzeit 100 Minuten. Extra ist ein Booklet. Gucken wir da vielleicht mal rein, wie das Innere aussieht. Und das ist das gleiche Bild mit FSK-Latschen. Aber sicherlich hat das Ding noch ein Wendekammer. Ja, sieht man schon. Hier ist die Serie selbst. Hier das Booklet. Gucken wir mal rein. Wenn die Charaktere weiter vorgestellt, inklusive der Synchronsprecher. Der Episodenguide ist mit drin. Und das war's. Jetzt bleibt noch zuletzt das Mentecover zu zeigen. Und dann bin ich auch schon durch. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Und Ciao.